Arena Audio präsentiert Jutta Langreuter Piratengeschichten für drei Minuten Gelesen von Peter Fröhlich Eine Produktion von Arena Audio Musik Musik Auf dem Piratenschiff ist der Teufel los. Piratenpapa brüllt, Piratenmama schreit, Piratenjunge Oliver heult, sein Bruder Moritz schnauft vor Wut mit roten Backen und Piratenmädchen Püppi stampft ununterbrochen so zornig mit dem Fuß auf, dass die Schiffsbohlen zittern. Nicht einmal, brüllt Piratenpapa, nicht einmal können ich und Mama kurz mal ein Mittagsschläfchen in der Kajüte halten, sofort passiert hier oben an Deck was, hör mit dem Stampfen auf, Püppi. Wir haben doch nur das Sturmsegel gesetzt, ruft Püppi und stampft weiter. Und war Sturm da, keift Piratenmama, wo ist hier ein Sturm? Und den Kurs Nord-Nord-Ost habt ihr auch nicht eingehalten. Wir fanden den Kurs Süd-Süd-West genauso gut, brummelt Oliver trotzig. Ja, wenn ich nicht rechtzeitig aufgewacht wäre, wären wir jetzt schon auf dem Weg nach Afrika. Piratenpapa rauft sich die Haare ganz, ganz weit weg von zu Hause. Na und, mault Moritz, zu essen haben wir genug an Bord. Wir wollten euch überraschen, Püppi stampft weiter mit dem Fuß auf, ihre Zöpfe wippen. Das ist euch ja gelungen, zetert Piratenmama. Und wer hat von unserem Fischfang alle Tintenfische wieder ins Meer geschubst? Ich kann's mir denken. Püppi hört mit dem Stampfen auf. Natürlich hat sie die Tintenfische wieder ins Meer geschubst. Tintenfische sind ihre Lieblingstiere. Niemand soll sie essen. Piratenpapa und Piratenmama sind immer noch wütend, als das Schiff wieder auf der Pirateninsel ankommt. Alle Piraten stehen besorgt am Ufer. Piratenopa, Tante Jenny, Onkel Herbert, Onkel Tobi, Piraten-Otto-Tante Lulu und auch Herr Deichmann und Familie Lamba. Herr Deichmann und Familie Lamba sind von den Piraten entführt worden. Alle warten darauf, dass Lösegeld für sie bezahlt wird. Den Entführten geht es sehr gut auf der Pirateninsel. Herr Deichmann genießt die schöne Zeit ohne Arbeit und spielt täglich mit Herrn Lamba, einem wichtigen afrikanischen Politiker, gemütlich Schach. Nur an seinen Sohn denkt er oft voll Sehnsucht. Wir dachten schon, ihr wärt gekapert worden, begrüßt Onkel Herbert, die Heimkehrer. Oder in einen Sturm geraten und ertrunken, schreit Tante Jenny. Sturm, von wegen, seufzt Piratenpapa wütend. Oder als Sklaven mitgenommen worden, brummt Piratenopa. Oder von der Marine geschnappt worden, ruft Tante Lulu. Alle seufzen, denn von der Marine geschnappt zu werden, das ist das Aller, Aller, Allerschlimmste. Oliver, Moritz und Püppi müssen sofort ins Bett. Piratenmama und Piratenpapa erzählen den anderen, was passiert ist. Was macht man nur mit so ungezogenen Kindern, fragen sie. Eine tüchtige Trachtbrügel hat zu meiner Zeit immer geholfen, murmelt Piratenopa. Die kriegen einfach keine Nachtisch mehr, bestimmt Tante Jenny. Drei Wochen lang dürfen sie auf kein Schiff, schlägt Piratenotto vor. Ist das nicht ein bisschen sehr hart, fragt Onkel Herbert. Ha, es ist doch alles ganz klar, sagt Onkel Tobi. Moritz und Oliver wollen endlich richtige Piraten sein. Sollen sie doch. Jeder Pirat muss sich früher oder später bewähren. Oliver und Moritz bekommen mein kleines Schiff, das ich nicht mehr brauche. Und erst, wenn sie einen Schatz erbeutet haben, dürfen sie zurückkommen. Ja, das Leben ist das Leben. Alle, außer Piratenpapa und Piratenmama, finden, dass das eine gute Idee ist. Am nächsten Tag lachen und strahlen Oliver und Moritz. Sie bekommen ein Schiff und dürfen richtige Piraten sein. Aber was ist mit Püppi? Sie stampft mit dem Fuß auf, dass es nur so staubt. Das ist so ungerecht, wenn ich nicht mit darf, brüllt sie. Für ein Mädchen ist das doch viel zu gefährlich, bestimmt Piratenmama. Dann will ich kein Mädchen sein, schreit Püppi, holt sich ein Piratenmesser und fängt an, sich einen Zopf abzuschneiden. Ja, in welcher Zeit leben wir denn, ruft Tante Jenny empört. Natürlich fährt Püppi mit. Heutzutage dürfen Mädchen alles, was Jungs dürfen. Es hat schon berühmte Piratinnen gegeben, meint Tante Lulu. Sie ist genauso mutig wie ein Junge, sagt Onkel Tobi. Die steckt doch die Jungs in die Tasche, flüstert Herr Lamber, Herrn Deichmann zu. Also darf Püppi mit Oliver und Moritz mitfahren. Hat Piratenmama Püppi, Oliver und Moritz beim Abschied einen Kuss gegeben? Könnte sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020